Was geht ab, das ist euer bester Freund Kusovas, ich bedanke mich bei allen, die bei den HipHop.de Awards für mich gewotet haben. Best Rap Album National, das ist mir eine große Ehre, OR4LIVE, wenn ihr noch Zeit habt, kommt zu Tod oder Lebendig Tour, wir sind am 7.2. im Huxley's in Berlin, Peace.